Jepote, kann man das noch nicht schmaler machen, kurzer Fix! Guten Morgen, heute bin ich wieder unterwegs und wohin gehe ich heute, fragt euch alle. Oder keiner, ist egal. Ich gehe heute zu Adam Schütte, aber ein bisschen andere weg. Und am besten wir fangen jetzt an zu gehen und nicht so viel zu reden. Nichts sind uns verletzt, wenn wir uns bei uns haben. Denn, wenn morgen nichts mehr verletzt, wir uns verletzt, und wir haben Zeit, in der wir ins Zupac grimmst, und in der Weile im Glas. Und in der Weile, in der Weile, in der Weile, in der Weile, in der Weile. Heute habe ich mich entschieden, ein bisschen wandern zu gehen, weil meine Frau sagt immer, ich bin ein bisschen dick, ich bin zu faul und so weiter und deswegen habe ich gesagt heute gehe ich ein bisschen wandern dass sie einfach glücklich ist das ist unglaublich habe mich wieder verlaufen unglaublich hallo wie geht es dir ganze mafia mafiosi du noch kleinere wandern tut mir gut wandern macht mich fit ich bin so fit wie ein geglubit oben und dann fertig ich bin ein wanderer ich wandere säcken ich gehe oben da geh wieder unten in der toll ich bin ein wanderer mein herz ist verwandern da ich nehme meine kilo ab und ich bin wieder fit da grüß dich ein schlopper hindert da